Hey, danke, dass du hier drauf klickst. Willkommen zu meinen Vlogs oder zu meinen Videos, die ich hier mache. Leider muss ich mich schon mal entschuldigen, dass in dieser Szene meine Audiospur sehr, sehr leise ist und die Hintergrundgeräusche sehr laut. Deswegen seht ihr mich nur und hört mich nicht, aber gleich kommt die Stelle, wo ich mich vorstelle, wo die Audio zum Glück ganz okay ist. Hoffentlich versteht ihr das. Viel Spaß! Wenn man mit der Uni so läuft, wenn man hier zurechtkommt, vielleicht auch für die Leute interessant, die mal hier leben wollen oder mal in Urlaub fliegen wollen und für die, die mich nicht kennen. Ich bin da, 21 Jahre alt, studiere derzeit Tourismus und Eventmanagement und mache gerade mein Auslandssemester in Shanghai, in der Shanghai University. Und will damit eigentlich nur zeigen, für die, die Interesse haben, auch zu spielen, was man hier alles zu beachten hat, was man hier unbedingt sehen sollte und, ja, was ja eigentlich grundlegende, lustige Sachen sind, die man in Deutschland natürlich nicht kennt oder auch nicht gewohnt ist. Genau, hoffentlich habt ihr das jetzt besser verstanden. Hier ist die Audio leider auch nicht so gut, deswegen wieder ein Voice-Over von mir. Und zwar soll es im Großen und Ganzen einfach darum gehen, euch einen Einblick in Shanghai, China zu gewähren. Was ich hier sehe, seht ihr natürlich dann auch. Es geht einfach nur darum, weil die Welt hier und die Kultur hier ganz anders ist, als die in Deutschland oder andere westliche Kulturen. So, genug rumgeredet. Du bist bestimmt wegen dem Video und bist auch gespannt, wie ich, zu sehen, was ich alles erlebe, wie ich ankomme und wie ich nach Shanghai komme. Also, viel Spaß bei dem Video. Tschüss. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020